Hallo, mein Name ist Ismaila Klame und das ist meine Lieblingsstrecke. Ich komme aus Gambia. Ich bin jetzt seit 2011 in Deutschland. Ja, ich bin als Anlagemechaniker bei der Firma Robot seit 2015. Habe jetzt durch meine Ausbildung gemacht. Ja, jetzt zeige ich euch an meiner Strecke, was es immer läuft. Also hier geht die Strecke weiter nach Mannsheim und wenn es eine komplette Strecke ist, ist 12 Kilometer und wenn ich eine halbe Strecke mache, ist 6,5 Kilometer. So gehen wir weiter. Also hier sind wir bei Haldehof, hinter dem Waldersatz, zwischen Waldersatz und Mannsheim und wenn man hier, ab hier knickt nach Möcklingen, hat man 7 Kilometer und das ist meine halbe Strecke. Und wenn ich immer Mutter bin von der Arbeit, mache ich lieber halt eine halbe Strecke. Also jetzt sind wir zurück und dann sind wir zurück von Möcklingen und dann sieht man hier die Startzone. und dann laufen wir zurück nach Waldersatz. Also viel Spaß bei Go4Charity. Okay. 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 Wind. Goldersatz. Vielen Dank.